dann habe ich wieder eine Mille jedenfalls oh Gott bist du ein armer Schlucker dann spende mir doch ein bisschen was sieht denn aus? wie die Arsche oder was? ich will hier auch mal einen Huren kaufen, wenn hier so eine Special Versteigerung ist ja, da wirst du schon der sein will ganz so rett gut, alles da Al Capone Vertrag abgeschlossen, ich komm gleich Rocky wurde wieder festgenommen Alter, ist das sein Ernst? was? ich habe dem gerade vor zwei Sekunden mein Tempest Gerät ausgeparkt und er fährt jetzt mit dem Tempest Gerät hier voll Karacho gegen wenn die mir jetzt den Chip ausbauen wegen dem dann fick ich ihn in den Arsch oh, das will ich aber sehen ja, dann würde ich mal sagen, dass er dir den Chip wieder kaufen kann der hat doch gar kein Geld für so einen Chip, man ja, dann soll er da auf seinen Arsch versetzen, dass er verwirrt er meinen Arsch da rauf so, jetzt drückt mir hier die Daumen, ich will ein paar Bretter vertippen mal noch sag mal, ich habe gesagt, du sollst nicht mit meinem Auto fahren hallo Polizist ey jetzt bleiben sie doch mal stehen Finger weg von meiner Karre so, kommen sie mal sag mal, wo ist der Kollege jetzt hin? was soll das? ja, das ist mein Auto wo ist der Kollege? ey, ich sag mal flipklauze ja 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 Alter Alter Guck mal, der heißt LKW-Fahrer 1 der kann doch mal wegen dem Ernst zum Polizeirevier Alter, Rocky, dein Ernst? du bist der behindert der bringt mich zum Polizeirevier fährt mich um und fährt wieder weg warte mal so, Herr Officer kommen sie mal ran hier sag mal, warum fahren sie denn einfach weg, wenn ich mit ihnen rede? hier hallo sag mal, wie heißen sie? Kollege äh Rocky, weißt du noch, wie der Polizist hieß? Jason Havoc oder so naja, ich geh jetzt hoch, Polizeirat, geht gar nicht, Alter richtig assig Herr Lila, was war denn das Badell? jetzt ist der Dings auch noch weg was war denn? ähm ne, weil ne, weil ich, ich, ich bin reingefahren pufft sie ich hab sogar noch ein